so da ist auch nichts mehr doch hinter euch ist irgendwo noch was wir noch gegner unter uns ja die anzahlen jo leute willkommen zurück bei blendezeit 2 heute sind wir sogar mal zu dritt also hier ist jetzt nur markus weil anderen hier nicht sich wieder kamerascheu ist nämlich sven ich spawne gleich bist du zu spät wir haben schon angefangen bin ich da nicht mehr und ja wir sind jetzt hier auf amerisch zeitkorb dankeschön und captain bernie ist online gekommen ja gut müssen wir jetzt in der aufnahme deswegen geschlossener druck für heute das nächste mal muss auch was einfallen lassen und wir geben mal gas bei auch genau dass es viele gegner gammelt ja hier ist party haben wir es denn juhu kill einer mit der romex also ist er ist das ich die ganze zeit den im axis furchtbar ziemlich hitzig ich kann nicht spielen also die aufnahme könnt ihr klicken da war schalte ich habe gern wie mache ich die mit klein da war auch genau m als es ach 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 dass wir mal zu ab und gehen das machen können nicht ich kann ich mal ab und annehmen wird müsste er gehen der kreuzelt schon klar ja ich vorhin gerade eben nicht wir haben wir ja so zu können wir werden wir werden ja der ist auch hier aber gerade eben ging es echt noch nicht weil die gegner noch zwei sekunden heim auf der anderen base hatten wollte also kommt da viele als er hier schon wieder weg geschlotet machen sie was schnell die machen ja haben sie glaube ich ja die rachen die rachen die rachen die rachen die rachen die rachen die russen die russen die russen kommen ich glaube die russen sind im keller aber mich wundert dass man die zeit ist so eine partie ist ja eben eigentlich ist man blende zeit vor drei nichts los ja jetzt in mir da deswegen geht es hier hin gemerkt dass wir doch auf uns mal aufnehmen deswegen geht man geht sie ein bisschen action hartstein leite soll super jawohl das ist ein hartster aus der das ist was soll gegnerisch es ist was soll er euch keine money mehr weiß auch ich sterbe die ganze zeit nur er wird ich habe nur die erste hier ist mit meinem medic rein da habe ich zumindest irgendeinen nutzen da drin wir haben genug medics die tun aber alle nichts auch money alter es ist hilfreich ich glaube ich habe mir noch nie wiederbelebt von dem her bin ich der meinung die medics tun nichts da könntest du vielleicht eventuell recht haben wir werden hier ordentlich zurückgepasht irgendwie renne das spiel heute ziemlich lahmarschig ich weiß nicht wo sondern das liegt aber wir brauchen ja nur noch zwei minuten das ding halten wo bist du mal grüßt immer money post am geschützt er mag das stimmt erst darum aber da alles konnte auch keiner hin ja ich mach mal hier die zeitlichen leute weg ich finde die alte die ich meinung muss sie hier doch beim ab und klick money ja hier bei dem geschützt jetzt ist es weg boah alter ich habe richtig guter laut gerade was geht hier ab ich kann ich kann ich kann ich kann ich kann richtig geil ich wollte ich hast du holst mich das ist gut ja ich werde mich hat ihn noch besser hat style intro trader also hostile hostel hostel faktor das bietet das war jetzt unnötig darunter zu springen danke für das band becken ich weiß wenn wir nicht doch mehr können wir können es nicht reparieren weil es noch nicht uns erstens zwei minuten kümmer also entweder sind die alle stront so hier ich habe ihn wiederbelebt sage ich doch captain bürger online ja hinter mir ja ich bin mal gespannt wie das event wird wo wir starten am 21 ja das training da bin ich im planungsteam ja auf jeden fall es wird aufgenommen ich bin ja auch dabei und vielleicht durchs konleid machen wenn es diesmal was besseres ist als das andere wo wir da gehabt haben mit ja so hohe jetzt ja nicht so pläuer bombe wir haben den punkt g wegweiler mcwell ja aber ich glaube schon dass wir es besser wird wenn wir das planen also über die das plant so hier unser outfit music or if oder ne konzentrieren ich frage trupp lag immer ein ich frage auch immer essen und gehen darf ich hier nur mal dass das wenn unser führer da ist auch nichts mehr doch hinter euch ist irgendwo noch was wir haben noch gegner unter und wird ja auch sagen wir haben dann aber ja aber den nuken wir gar ziemlich hart auseinander ich weiß eine granate nicht rein rennen Jukil ist also wie das worden Captain Bernie ist verweckt ich will dich wieder zurück ins Leben ja gut da sind so viele hielke wenn jetzt da brauchst du nicht hingehen weil da wie die also gesponsen wie die wie die verrückten einer ist bei einer ist bei A ja komm einer wegen einem tue ich mich jetzt hier nicht ab das hier ist eine volle base die wenn aber ein gegner zerkloppen können gehört müssen durch und zwar ist man die galaxy top galaxy top wenn es einer gewesen ist haben sie es verkackt bei einer war es zumindest ja einer hier hat der flieger wahrscheinlich aber den hole ich mir gerade ja ich habe es ist bekommen nur sie mal was an die region der war ja zieht du mal es an die aber ich glaube du kriegst davon denn noch probleme dass er noch ein paar megrader und der stadt jeweils zu fuß gehen wir zu fuß nein mit panzern oder panzer aber ich glaube die halbe basis will jetzt panzer haben muss man die eigentlich da wo die ganzen leute herumstehen mit 1000 panzern ja das hat da oben im spawn oben drin bei 4 bei bord bernie wo ist das terminal bei 2 und 3 also direkt neben dir da oben muss das sein links von dir irgendwo oben ula was nein aber ich bin auch schon wieder viel weiter weg weil ich push nämlich alle ich sehe das ding nicht da hüben ist es wie gesagt haben spawn room ja das band rum war links von dir bei 3 und 4 ja 3 und 4 sind marcus und captain bernie markus war nicht ja der war da auch in dem moment wo ich es gesagt habe und dann ist er mir hinterher gelaufen weil ich stand auch da gut du hast schon sagen die ich hab mal nicht so ein sandie ziehen nein ich habe keinen sandie doch aus wenn die hat ein also ich habe nur im grünen gesehen ja meiner werber gold klugschösser ja darum ist es nach wo aber 100 aber sieht gut aus um alles schwere mit raketen werfen sich mit dem panzer und nicht wo gehen wir eigentlich hin du bist der druck führer ja ich lauf gerade einfach so jolo der bohrer sind für der bohrer neben uns jedes andere man kann ja ich hab sie wieder bei das ist unser sony das weiter der alter das absnacken aber pass auf dass das spiel und das ich bin bei bernie also das ist ein mcwitz achtung einer kommt auf uns zu wir müssen weg hier ich bin tot scheiße ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche jetzt noch lebt ein panzer noch ja aber da brennt rot ja war ich schon hin mcwitz ist er immer noch ja lebt noch